Vorwaschen im Hauptwaschgang. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Damals war's. Heiß! Love is in the end, love is in the end, oh, oh, oh. Oh, love is in the end, love is in the end, oh, oh. Sogar das Fernsehballett drehte regelrecht durch und in den Diskotheken rotierte der Song von Jean-Paul Young sowieso Love is in the Air. In der Luft liegt heute auch Ihre Entscheidung, nämlich für genau ein Jahr aus den letzten sechs Jahrzehnten. Wenn Sie es erkennen, räumen Sie vielleicht unseren himmlischen Preis ab. Ich schalte jetzt mal um ins Turbo-Programm und zeige Ihnen, was wir heute noch so in der Maschine haben. Wir gehen mit der Fernsehserie Zur See an Bord. Die Mädels von Baccarat erinnern sich an ihren größten Erfolg. Rolf Herricht und Hans-Joachim Preil fahren mit uns Zug. Und dann freue ich mich riesig auf einen Weltstar. Jean-Michel Jarre, der Pionier der elektronischen Musik, hat sich mit uns zum Interview getroffen. Für die damals war es Hit-Geschichte. Stark! Das sagten auch 10.000 glückliche Kunden, die im ostdeutschen Autohandel einen VW-Golf ergattern konnten. Gebaut werden die Fahrzeuge für die DDR in Wolfsburg. Wie Ersatzteile beschafft und wo repariert wird, ist noch unklar. Der Golf, eines der meistgekauften Autos, ist bei uns für etwa 10.000 Mark zu erhalten. In der DDR wird er rund 30.000 Ostmark kosten. Im Ostberliner Automobilsalon unter den Linden lösten die VW-Preise bei den Interessenten keine Überraschung aus, denn Autos kosten in der DDR seit jeher eine Menge Geld. So ist für das Volksauto Trabant zwischen 8.000 und 9.500 Mark zu zahlen, für den Wartburg gut das Doppelte. Wartezeiten für die beiden Eigenproduktionen 6 bis 9 Jahre. Werden Sie denn an einem Volkswagen interessiert? Ja, wirkt schon. Vorderradantrieb, wunderbar. Also, fahre selber, genau. Und was ist das Hauptproblem? Na, nichts, eine Geldfrage. So viel verdienen wir ja noch nicht, wa? Damit war man auf den ostdeutschen Huckelpisten quasi ein echter Rockstar. Mehr Hingucker des Jahres folgen jetzt. In New York lockt die neue Disco Studio 54 auf den Dancefloor. Die schönen und reichen Stars und Promis machen den Tanzschuppen in der 54. Straße zur Legende. Die Kunstausstellung Documenta in Kassel zeigt zum ersten Mal Werke von DDR-Malern wie Wolfgang Mattheuer, Werner Tübcke und Bernhard Heisig. Mehrere westdeutsche Künstler protestieren gegen das angebliche Übergewicht der Ostkunst und packen wieder ein. Neu in den Drogerien der DDR die Kosmetikserie Gerdén Colour. In 90 Farbvarianten kann Frau sich mit Lippenstift, Nagellack und Co. aufpolieren. Emma gibt Westfrauen ab jetzt Tipps in Sachen Gleichberechtigung und Chancengleichheit. Und Gründerin Alice Schwarzer wird zur Vorkämpferin der Emanzipation. Bauboom im Osten. Neben unzähligen Neubausiedlungen werden auch Grundsteine für Prestigeprojekte gelegt. Für die neue Charité in Berlin, das Gewandhaus in Leipzig und die Restauration der Semperoper in Dresden. Außenseiter Spitzenbreite hat genau nachgezählt. Guten Tag. Sie sind die millionste Besucherin dieser Saison hier an diesem Strand. Und wieso bin ich die gerade? Ja, das haben wir ermittelt. Nach einem altbewährten Prinzip haben wir das ermittelt. Ich beglückwünsche Sie sehr herzlich. Wie fühlen Sie sich? Glücklich. Glücklich, ja. Sehr schön. Nochmals herzlichen Glückwunsch. Glücklich. Glücklich. Ein Welthit. Und diese Stimme. Die bekam Bonnie nicht von ihrem Lebenswandel. Nein, nach einer OP an ihren Stimmbändern machte sie nicht, was der Arzt sagte, nämlich ihr München halten. Sie schwatzte weiter munter drauf los und ihre Stimme wurde zum Reibeisen. Und nun habe ich eine Zusatzaufgabe für Sie. Das DDR-Fernsehen suchte damals die einsamste Gegend. Was glauben Sie? Wo könnte das gewesen sein? War es die Ruppiner Schweiz im nördlichen Brandenburg oder der Thüringer Teil der Rhön? War es die Fährinsel zwischen Hiddensee und Rügen oder das Bodetal im Harz? Knobeln Sie mit. Gegen Ende der Sendung gibt's die Lösung. Erinnern Sie sich noch an dieses Autozubehör? Viele hatten winkende Hände an ihre Heckscheibe gepappt. Und bloß, warum? Hier Erklärungsversuche von OF Weidling und anderen Verkehrsexperten. Wirklich wahr, das ist jetzt etwas, was in unserem Straßenbild so sehr, sehr zu sehen ist. Gäste, die aus dem Ausland zu uns kommen, müssen mal denken, bei uns werden nur noch Handschuhe produziert. Und zwar seit einiger Zeit sausen diese amputierten Hände hier herum an den Heck. Ich finde, die sollte man anders tragen. Nicht hinten an der Heckscheibe, sondern so. Entschuldigen Sie bitte, ich hätte nur mal eine Frage. Was bedeutet denn eigentlich diese Hand? Welche Hand? Diese Hand da hinten, die Sie im Auto haben. Ach, das weiß ich doch nicht. Das wissen Sie gar nicht. Souveränien aus Polen. Wie bitte? Souveränien aus Polen. Aha. Das ist eine, das ist eben Mode. Aha. Ja. Die wackelt auch so. Ja, beim Vorn wackelt die noch mehr. Ja, und warum haben Sie sie hinten? Dass ich vorne besser sehen kann. In Polen werden sie hergestellt, in der DDR ja nicht. Ich weiß, ja. Ja, und Rot ist eben doch eine Warnfarbe. In dem Fall soll sie ja als Schutz dienen für das Auffahren. Das ist so, wenn der Nächste kommt, der weiß, aha, nicht so weit ran, nicht? Ach so. Ja, ja, ja. Wir haben lange gestanden nach der Hand. Ist lange gestanden? Ja, ja, ja. Es gibt ja verschiedene Sorten. Ja, was denn für welche? Na, beispielsweise für 52 Klotti und für 72 Klotti. Aha. Die Handgrößen haben sich schon geändert. Ach so. Und für wie viel? Das ist das billige. Vorsicht, Abstand halten, nicht so stürmisch im Verkehr. Während bei uns so der Schilderwald dichter wurde, kurften im Westen diese neuen Schlitten über die Straßen. Unter der Stoßstange, unter dem Kühlergrill, finden wir einen Spoiler. Das ist ein Windleitblech. Und Rot sagt, wir haben durch dieses Windleitblech eine Menge, nämlich 7% an erforderlicher Motorleistung eingespart. Man bietet viel Auto fürs Geld. Der Ford ist wiederum ein großes Auto. Es ist ein echtes Familienauto. Das ist hier gar nicht zu leugnen. Sehen Sie, da passen nicht nur diese vier rein. Es hätten auch noch mehr sein können. Alles ist gut bedienbar. Die Instrumente sind gut ablesbar. Es geht also hier wirklich nicht mehr darum, auf dieser ganzen Schau möchte ich sagen, dass neue Styling gemacht wurde. Es geht wirklich darum, die Autos funktioneller und eben energiesparender zu machen und auch sicherer. Es war ja schon immer so, wenn Ford ein neues Modell brachte, dann schlug Opel mit dem Gegenmodell zu oder umgekehrt. Aber wir wollen doch zunächst einmal sagen, ganz grundsätzlich, dass Opel mit der Windkanalarbeit auch sehr viel erreicht hat. Opel hat auf jeden Fall auch eine windschlüpfige Form gefunden und macht aus dieser Form drei Karosserie-Varianten, nämlich einen Viertürer, einen Zweitürer und einen übrigens wunderschönen Kombi. Ich glaube, für meinen Geschmack den schönsten Kombi, den Opel je baute. Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Sie fährt allein und sie scheint hübsch zu sein. Ich weiß nicht ihren Namen und ich kenne nicht ihr Ziel. Ich merke nur, sie fährt mit viel Gefühl. Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Ich möcht gern wissen, was sie gerade denkt. Hört sie denselben Sender oder ist ihr Radio aus? Fährt sie zum Rendezvous oder nach Haus? La dann, la dann, la dann, la dann, la dann. La dann, la dann, la dann, la dann, la dann. Was will der blöde Kerl da hinter mir nur? Ist sie nicht süß? Ich frag mich, warum überholt der nicht? So weich es ab. Der hängt nun schon ne halbe Stunde ständig hinter mir. Nun dämmert's schon und der fährt ohne Licht. So schön mit 90. Der könnt schon hundert Kilometer weg sein. Das bin ich froh. Mensch, fahr an meiner Hände doch vorbei. Ich fühl mich richtig wohl. Will der mich kontrollieren oder will er mich entführen? Oder ist das in Zivil, die Polizei? Was schippert da von Steuerbord auf uns zu? Kann ich meinen Augen trauen? Ah, die MS Fichte von der Seerederei Rostock. Dieses Schiff kannte im gesuchten Jahr jedes Kind. Denn immer freitags flimmerte 20 Uhr die Serie zur See über die Bildschirme ein Straßenfeger. Die Fernsehkicker flogen auf die Mischung aus Abenteuer, Exotik, Familiengeschichten und einem Hauch Freiheitsgefühl. Und die Hauptdarsteller waren nach neun Folgen Megastars in der DDR. Wir stechen in See. Ein Frachtschiff ist auf den ersten Blick kein sehr unterhaltsamer oder glamouröser Handlungsort. Aber die Geschichten von Autorin Eva Stein bestechen durch die Mischung aus Exotik auf Reisen und realistischer Lebenswelt auf dem Schiff und in der Hafenstadt Rostock. Großen Anteil am Erfolg haben natürlich auch die Hauptdarsteller. Allesamt Sympathieträger. Von Horst Rinder als Kapitän, Jürgen Zartmann, Günther Schubert bis zum Smoothie, gespielt von Bernd Storch. Der Schiffskoch Detlef heuert gleich in der ersten Folge an und muss einiges durchstehen. Hier, die Soße. Was fehlt noch dran? Was fehlt noch dran? Raus! Was den Dreharbeiten zugute kam, der Schauspieler war tatsächlich seekrank. Und Regisseur Wolfgang Luderer hat das schamlos ausgenutzt. Die Aufnahmen auf der MS Fichte entstanden während einer dreimonatigen Reise nach Kuba. Auch an anderen traumhaften, aber unerreichbaren Schauplätzen spielt die Handlung. Und das war eine Gratwanderung. Denn grenzenlose Reisefreiheit gab es für die DDR-Bevölkerung damals nicht. Dass es im Ausland nicht nur schön ist, zeigen Probleme, die die Besatzung wegen einiger Ganoven ausbaden muss. Denn die Matrosen lassen sich nur allzu gern ablenken. Willi! Willi! Mann, wo steckst du denn, du alte Pflaume? Willi! 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 Halt die mal fester! Neben der großen, weiten Welt spielt aber auch der ganz normale Alltag zu Hause eine Rolle. Ey! Ich hab da Urlaub gekommen. Zwei Minuten ausruhen kann man. Bis das Kind kommt, bin ich wieder da. Na! Ja! Unser Kapitän will doch auch endlich mal wieder Weihnachten zu Hause feiern. Doch ein Seemann ist viel unterwegs und erlebt bei seiner Rückkehr manche Überraschungen. Auch mit Spannung fesselt zur See das Publikum. Denn so ein Schiff ist vollgestopft mit empfindlichen Maschinen. Da ist auf hoher See schon mal eine Reparatur fällig. Ich geh los! Achtung! Nicht nachlassen! Nicht nachlassen! Sonst der Auto und alles! Zwei Jahre nach Ausstrahlung der Serie wurde die MS Fichte außer Dienst gestellt und schließlich nach Panama verkauft. Zur See findet aber bis heute viele Fans und holt bei Wiederholungen Spitzenquoten. Schlager gemixt mit Folklore. Das kam an. Sandra Mo und Jan Gregor mit einem Titel von ihrer ersten Amiga-LP. Und hier noch mehr Schlagererfolge 1900 und... Mach die Augen zu und schwebe weit weg von hier ins Land der Liebe mit mir. Mach die Augen zu und denke nur noch daran, wie schön es dort werden kann. Himbeereis zum Frühstück, Rock'n'Roll im Fahrstuhl. Du und ich, wir waren hoffnungslos verrückt. Himbeereis zum Frühstück träumen durch den Sommer. Mit der Berg- und Talbahn fuhren wir ins Glück. Himbeereis zum Frühstück, Rock'n'Roll im Fahrstuhl. Und er sang, er sang jede Nacht so laut. Dabei kamen wir leider nie zum Schlafen. Keine Nacht war hoffnungslos. Und wir fragten, was sich der Bursche trat. Keine Nacht war hoffnungslos. Er sing, er sang seine Melodie. Dabei kamen wir leider nie zum Schlafen. Und er sang, er sang bis die Sonne schien. Keine Nacht war hoffnungslos. Wir kennen uns schon so lange. Ja. Und Sie haben mich noch nicht einmal zum Tanz geführt. Ach so. Also gut, gleich morgen führe ich Sie in die Disco. In die Disco? Ich habe ja gar keine geflickten Jeans. Na schön, dann führe ich Sie in eine piekfeine Bar mit Tischtelefon und so. Ach, das ist ja wunderbar. Ja. Da kann ich meinen Onkel Adebar anrufen, der jetzt zur Saison in Afrika weilt. Eigentlich können Sie ja nur den Nebentisch anrufen. Aber bei unserem Fernsprechnetz weiß man ja nie, ob sich nicht plötzlich Afrika meldet. Kreuz Spinne und Kreuz Schnabel. Wer hat da recht gehabt, der Herr Fuchs? Über solche Probleme können wir heute nur lachen. Und inzwischen gibt es ja auch Mobilfunk ohne Kabel. Und weil heute jeder Mobil talkt, sind Sie ausgestorben. Telefonzellen. Sie hatten aber einen Vorteil. Man musste nicht mithören, was andere darin so schnacken, wie heute am Handy. Obwohl, interessant wäre es schon. Wenn man es wüsste, dachte auch Außenseiter Spitzenreiter. Ich tippe, Sie haben mit einem Schulkameraden telefoniert, stimmt das? Ja, wieso? Oder wissen Sie denn das? Naja, weil Sie beide so intensiv sich immer den Hörer aus der Hand genommen haben. Stimmt das, ja? Ja, ja, stimmt. Verraten Sie uns auch, um welches Thema es ging? Auch im Hausaufjahr, unten am Mittag und so, Freizeit. Machen Sie immer telefonisch? Ja, na ja, meistens. Wohnt der weit weg? Ach, wäre hier in der Ecke. Tippe, ich richtig, Sie hatten ein ganz wichtiges Gespräch zu führen. Ja, ich habe eben eine Annonce in einer Zeitung gelesen, da sucht Ihnen ein Schweißdrafo. Und Sie haben ein Schweißdrafo? Ja, ja. Wie sind Sie dazu gekommen? Wir haben ja da das Geschäft. Aha. Ich habe mit der Liebknechtstraße mit einem Konfitürengeschäft gesprochen. Mhm. Ob ich da noch einen Baumstamm zu 30 Mark haben kann, und den habe ich bekommen. Im Konfitüren? Im Konfitürengeschäft, unten in der Liebknechtstraße. Da gibt es Baumstämme? Ja, zu 30 Mark, das sind so Pastetensachen. Wofür nimmt man die? Zu Weihnachten oder so, zum, nicht? Das ist so Marzipan und sowas alles. Ach, sowas. Nicht? Ja. Sie entschuldigen bitte, ging es um eine gute oder um eine schlechte Angelegenheit? Wir fragen alle. Um den Hüteiniger, ich bin Vater geworden. Ja, tatsächlich. Ja. Was ist es? Das Mädchen. Mädchenname? Äh, komm. Wir gratulieren, wir gratulieren sehr herzlich. Hallo? Ach, Herr Belmondo, in Ihrem nächsten Film. Ja, aber natürlich, verstehe ich das. Ach, das sind nur zwei Frauenrollen drin. Ja, die verführerische junge Blonde und deren Mutter. Ja, mach ich gern. Aber wer soll die Mutter spielen? Ja, mach ich gern. 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 an die Spitze der deutschen Charts und verschwanden danach im unendlichen Musikuniversum. Aus Frankreich kam auch er, aber Jean-Michel Jarre war gekommen, um zu bleiben, bis heute und weltweit. Sein erster Longplayer war überraschend ein Bestseller. Für sein neuestes Werk hatte der Pionier der elektronischen Musik nach Hamburg geladen und wir haben ihn dort besucht, auch um mit ihm über den Sauerstoff von damals zu plaudern. Oxygen. Ein Weltstar, an dem die Zeit scheinbar spurlos vorüberging. Kaum zu glauben, im August feierte Jean-Michel Jarre seinen 70. Geburtstag. Meine Geburtstage konnte ich nie richtig feiern, einfach weil ich im August Geburtstag habe, wenn alle in den Ferien sind. Auch in diesem Jahr war ich wieder im Studio und habe gearbeitet. Also feiern wir ihn und sein Werk, das ihn zum Godfather der elektronischen Musik machte. Er brachte die neuen Synthesizer-Klänge aus den Hinterstuben der experimentellen Musik in die Charts. Durch Oxygen haben viele Menschen meine Arbeit zum ersten Mal kennengelernt. Dabei hatte ich mich bis dahin schon über zehn Jahre mit elektronischer Musik beschäftigt. Ich wollte mit meiner Musik Experimentelles und Pop verbinden. Melodien kreieren, die im Ohr bleiben. Oxygen ist das Ergebnis. Anfangs wurde das Album von fast allen Plattenfirmen abgelehnt. Es gibt darauf kein Schlagzeug, niemand singt und ich hatte nicht mal einen passenden Vier-Minuten-Track fürs Radio. Außerdem wurden zur gleichen Zeit Punk und Disco groß. Das Motto der Punks war No Future, meins dagegen durchaus positiv. Yes Future, wenn auch mit Fragezeichen. Meine Musik tauchte auf wie ein UFO. Oxygen. Für damalige Musikfans ein unerhörtes Hörerlebnis. Fremdartig und faszinierend. Die erste Seite des Albums beginnt mit sogenanntem White Noise, einem elektronischen Geräusch, das wie Wind klingt. Einige Leute hielten es für ein technisches Problem und schickten die Schallplatte zurück. Vielen war auch nicht klar, dass die Musik mit elektronischen Instrumenten erzeugt wurde. Jean-Michels Talent liegt wohl in den Genen. Sein Vater Maurice Jarre, einer von Hollywoods erfolgreichsten Filmmusikkomponisten, gewann drei Oscars, unter anderem für Dr. Chivago. Und ich hatte einen Großvater, der war Oboist. Er war gleichzeitig ein Tüftler und Ingenieur und entwickelte eins der ersten Mischpulte für das französische Radio. Von ihm bekam ich einen kleinen Kassettenrekorder der deutschen Firma Grundig geschenkt. Wenn ich bei meinen Großeltern zu Besuch war, ließ ich das Mikrofon aus dem Fenster hängen und nahm Straßengeräusche auf. Eines Tages ließ ich das Band rückwärts laufen. Es klang, als würden Aliens zu mir sprechen. Meine erste Erfahrung, Soundbearbeitung. Mir wurde damals klar, dass Sounds, also Geräusche, mehr sein können als einfach nur Krach. Was Jean in den folgenden Jahrzehnten an Sounds produziert, ist alles andere als Krach. Und neben der Musik entwickelt er Shows, die Millionen in ihren Band ziehen und ihn ins Guinness Buch der Rekorde bringen. Aber Jean-Michel will nicht nur unterhalten. Ihm faszinieren die Möglichkeiten einer digitalen Welt, er sieht aber auch ihre Gefahren. Dabei schätzt er kritische Geister. Vor zwei Jahren gelang ihm eine spektakuläre Zusammenarbeit mit dem im Moskauer Exil lebenden Edward Snowden. Es geht um unser künftiges Leben. Und wenn wir nichts tun, wer dann? Themen setzte Jean auch schon mit Oxygen. Umweltschutz war damals noch kein großer Aufreger. Er brachte es mit dem eindrücklichen Cover auf die Agenda. Mit Oxygen wollte ich meine Gedanken, Sorgen und Gefühle über Umwelt und technologischen Fortschritt ausdrücken. Ich bin überzeugt, dass wir nur überleben, wenn wir Umwelt und Technologie in Einklang bringen. Darum geht es mir seit Oxygen und auch mit meinem neuen Album Equinox Infinity. Der Ausgang ist offen. So auch die Aussage des aktuellen Albums, das mit zwei Covern erschien. Hoffen wir mit Jean-Michel Jarre auf eine optimistisch grüne Zukunft. Ich weiß, es ist heute ein bisschen kompliziert, über Fußball zu sprechen. Das ist ja gut. Unsere Nationalmannschaft hat es ja geschafft, durch sehr kluges Taktieren nicht nach Argentinien reisen zu müssen. Es tut ein bisschen weh, aber auf der anderen Seite sparen wir Geld und können dafür Kaffee kaufen. Also man muss das ja in dem Zusammenhang zählen. Also ich weiß gar nicht, was der Weidling hat. Ist doch ganz normaler Kaffee aus der HO. Eingeschenkt, frisch, kurz gerührt, nicht geschüttelt. Oh, furchtbar, wie früher. Die Bohne, ein Fall für den Generalsekretär. Eine Kaffee-Grundsatzrede auf höchster Ebene war fällig. Ich möchte nur noch einmal erwähnen, dass uns allein der Import von Rohkaffee im Jahr rund 300 Millionen Dollar kostet. In der SED-Machzentrale wurde die Kaffeeversorgung zur Chefsache. Die hohen Genossen suchten verzweifelt nach Lösungen. Es kam die Idee auf, den Kaffee zu strecken mit Mischkaffee, indem man mixt 51 Prozent Bohnenkaffee und 49 Prozent Sauerkate-Zumischungen. Das Ziel, Einsparung von Rohkaffee und die Wiesen. Der Weg, ein Mix aus Kaffeebohnen, Gerste, Zuckerrübe und mehr. Rasch sprach das Volk von Erichs Krönung, wenn es den Kaffee-Mix meinte. Dieser Mischmasch wurde abgelehnt. Und wieder ein Parteiprotokoll. Die IGA-Gaststätte in Erfurt verkaufte am 2. und 3. September insgesamt zwei Tassen Kaffee-Mix. Donnerwetter. Wir fanden es auch gar nicht in Ordnung, dass man das bisschen Kaffee, was man sowieso bloß hat, dass man das durch den Zusatz von Gersten-Kaffee, woraus der auch gemacht war, dass man den auch noch verdorben hat. Es hat wirklich nicht geschmeckt. Es war grausam. Es gehörte zu den Schlimmsten, was es überhaupt je gab. Nicht nur für uns Sachsen. Das war eben, also, schlecht gesagt, es war eine Zumutung. Also, ich meine, wir haben hier ausgehalten damals, wir haben viel mitgemacht. Aber das war zum Dank dann noch so eine Lorge, wenn wir zu Sachen pflegen, wir Sachsen. Also, das war, nee. Also, das war zu viel des Guten. Den Mix-Kaffee wollte niemand. Partei und Staatssicherheit sammelten stapelweise Eingaben. Aktenberge, die belegen, die DDR-Bestand nicht nur aus trüben Tassen. Kurt M., Karl-Marx-Stadt. Ich litt nach dem Genuss von Kaffeemix an sexueller Niedergeschlagenheit und befürchte als Folgeerscheinung Haarausfall. BATS, Halle. Wir hoffen sehr, dass Sie nicht am gesteigerten Umsatz von Magentropfen interessiert sind. Ina L., Löbau. Ich hatte durchschlagenden Erfolg und kann in Zukunft auf den Konsum von Abführmittel verzichten. Dein Herz glänzt wie ein Sternenfeld, dein Mund ist die Versuchung selbst. Aha, dein Jazz wie aus einem Magazin. Wie Blumenduft ist jedes Fach, das über deine Lippen kommt. Aha, begehrt er dich? So kann ich das verstehen. Du, Marlin. Marlin. Eine von uns beiden muss umgehen, Marlene, drum bitt ich dich, geh du Marlene. Marjane war eifersüchtig auf Marlene und das im Trend, die Disco-Sound. Bei den Kids lag noch etwas im Trend. Hier ein Beispiel aus einem Westgymnasium, hätte aber auch eine Zwickauer Schule sein können. Anscheinend müssen die Schüler ganz wilde Kaugummi-Kauer sein und außerdem ihre Kaugummis, nachdem sie nicht mehr gebraucht werden, einfach irgendwo hin deponieren. Was für den, der keine Ahnung hat, dass irgendwo so ein Ding klebt, nicht immer gerade witzig ist. Außerdem hat das Michelberg-Gymnasium ganz neuen Teppichboden und wenn da ein Kaugummi erst einmal eingetreten ist, bekommt man ihn fast nicht mehr raus. Deswegen hat der Leiter der Schule nicht nur das Kaugummi-Kauen, sondern schon das Mitbringen von Kaugummi in die Schule verboten. Und wer dabei erwischt wird, wenn er ein Kaugummi auf den Boden spuckt, der muss 5 Mark bezahlen, die die Putzfrau bekommt. Dazu hat übrigens auch der Elternbeirat Ja gesagt. Auf alle Fälle können sich die, die die Schule gebaut haben, nicht allzu viel gedacht haben. Schließlich baut man ja in einer Fabrik auch keinen Parkettboden. Und jetzt wollen wir mal ein paar Schüler fragen. Haltet ihr euch an das Kaugummi-Verbot? Ja, teilweise. Was heißt teilweise? Ja, kommt ganz drauf an. Kauft bloß nur ein Kaugummi pro Tag, ja, in der Schule oder wie. Ja, man versucht halt in der Pause mal. Ja, genau. Da hättet ihr lieber zum Beispiel einen Fahrrad drauf machen können. Das wäre viel nützlich besser als Teppichboden zum Beispiel. Kaugummi-Verbot. Da muss man erstmal drauf kommen. Ich frage gleich mal unseren Trend-Experten. Hallo Lars. Hallo Lippi. Sag mal, hast du auch deine ausgekatschten Kaugummis unter die Schulbank geklebt? Also ich war ja gar kein Kaugummi-Fan. Da geht es ja schon mal los. Aber wenn ich mal Lust hatte auf den Kaugummi, dann habe ich einfach unter die Schulbank gegriffen. Denn da waren ja ganz viele von den anderen. Also weißt du was? Lass uns lieber über die Trends des Jahres reden. Wow, sah ich da gut aus. Ich war Disco und das war mein aller allererster Trend-Trip. Januar 2016. Drei Jahre Bürgertrend. Da könnte ich eigentlich gleich weiter tanzen. Wie gut, dass wir heute das Jahr von damals noch einmal suchen. Denn in der Disco wurde damals nicht nur getanzt, sondern auch gerollt. Das ist die Zukunft der Diskotheken, sagt man hier und glaubt man begeistert. Auf der Insel mittendrin vor Freude. Die zuckende Ungeduld der Wartenden steckt an. Auf der Bahn dann einer der anerkannt Großen mit Klarinett. Ist das nun die ganz große Zukunft der Diskotheken? Die hier tanzen, zweifeln nicht im Mindesten. Vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts. Aber ich bin doch nicht so sicher auf Rollschuhen. Und deswegen habe ich mir jetzt Verstärkung geholt. Und zwar den Mädels vom Rollhockey-Club-Aufbau Böhlitz-Ehrenberg. Und das ist Annemarie. Und du bist die Trailerin hier, nicht? Richtig. Toll. Und wie nennt sich das, was ihr macht? Rollkunstlauf. Wir machen Figuren und Sprünge auf Rollschuhen nach Musik. Wir zeigen es dir. Ja? Gerne. Toll. Zeig es mir. Im Gegensatz zum Eis sind die Pflichtfiguren auf den Rollen vorgezeichnet. Umso wichtiger ist deshalb die Spurtreue, die Petra Schneider meisterhaft einhält. Die Stärken von Petra in der Kür, Pirouetten aller Art. Die schwierigste Pirouette aber ist sicherlich die Schleuderpirouette. Schleuderpirouette. Also mein Ziel ist es heute, ohne Schleudertrauma nach Hause zu kommen. Leute, macht Platz. Auf uns rollt ein ungeheures Ding zu. Rollschuhe. Sportgerät, Freizeitspaß und umweltfreundliches Fortbewegungsmittel in einem. Die betonierte Stadt bietet sich geradezu an, durchrollt zu werden. Obwohl es ein aufgewärmter Kinderspaß ist, mit schmalem Taschengeld ist man nicht dabei. Denn schon fürs nackte Fahrgestell muss man ein blaues Scheinchen locker machen. Seit vier Wochen führen wir diesen Artikel in unserem Hause. Es handelt sich für uns um einen ausgesprochenen Trendartikel. Die Entwicklung haben wir sorgfältig beobachtet. Ihr könnt ja noch ein bisschen mitrollen mit den anderen, aber ich mache jetzt erstmal eine Pause. Wie realistisch doch so ein Traum sein kann. Und so köstlich und erfrischend. Gut, dass man damals nicht nur sportlich war, sondern sich auch um die Veredelung des Hopfens kümmerte. Das beste Berliner Bier, das Berliner Pilsner, ist nicht im alten Gär- und Lagerkeller vergoren und gereift, sondern in Freitanks produziert. Das unkonventionelle neue Verfahren löst jetzt den langwierigen Prozess der klassischen Gärung und Reifung ab. Die großflächigen Gärbottiche sind hier den schlanken, 36 Meter hohen Reaktorbehältern gewichen. Die Dimension, wie hier Bier auf eine ganz neue Art und Weise hergestellt wird, diese Dimension gibt es in der ganzen Welt noch nicht, meine Damen und Herren. Das neue Verfahren bedeutet für die Versorgung der Bevölkerung, unserer Berliner Bürger und der Gäste der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik, ein bedarfsgerechtes Angebot. Das ist ja ganz enorm. Also das Bier schmeckt sehr gut, allerdings ein bisschen anders. Ja, das ist eine Leipziger Gose, eins der ältesten deutschen Biere und nicht nach dem Rheinheitsgebot gebraut, weil älter. Ist aber auch frisch aus dem Reaktor gezapft, oder wie sagt man? Ja, heutzutage wird das auch im Reaktor gebraut, aber der Reaktor heißt heute ZKT, Zylindrokonischer Tank. Schmeckt ziemlich frisch für ein altes Bier, sehr, sehr lecker. Und das hat wahrscheinlich dann auch überall Fans in der ganzen Welt. Ja, also wir exportieren Gose in mehrere Länder. Ja, auch nach Amerika zufällig? Auch in die USA, das ist unser Hauptmarkt. Man kann in New York die Gose frisch vom Fass trinken. Ach, sehr interessant. Das ist mir schon klar, dass das da beliebt ist. Denn heute, so wie damals, gibt es doch die exzentrischsten Gäste. Dieses Stachelschwein ist Stammgast in einer Bar von Kalifornien. Sein Lieblingsgetränk ist Budweiser Bier. Alle anderen Getränke verschmäht es nach Aussage seines Besitzers. Alle anderen Gäste. Alle anderen Gäste. Alles Gäste. Lecker. autres Gäste. Es geht weiter. Es geht weiter? Ja. Juhu. Na dann. Hilf mir bitte hoch, Annemarie. Oh, und jetzt geht's los. Es gibt Biere und Gose, Kleine und Große, aus dem Reaktor oder aus der Dose. Rollschuhlaufen und Tanzen damit macht sehr viel Spaß im Disco-Schritt. Das war's, viel Spaß mit damals war's, ihr Lars. Das war's. I'm Chinatown, I met the Opium Queen, baby-faced girl from Shanghai, never smile and never cry. She now rules the underworld down in Chinatown. She runs all the Opium then down in Chinatown. Bring her your gold, bring her your worries, and when life gets a bit too dreary to stand, give her in to the Queen of Chinatown. Don't go down, you're down, to the Queen of Chinatown. She'll pick you up when you're feeling dark. Don't go down, you're down, to the Queen of Chinatown. Amanda und die Königin von Chinatown. Damit war sie die Disco-Queen des Jahres. Wir bleiben royal. Der Samba-König war Tony Holiday. Du bist so heiß wie ein Vulkan Und heut verbrenn ich mich daran Rock'n'Roll, Cha-Cha-Bam und der Boogie, das ist jetzt alles für mich vorbei Die ganze Welt tanzt heute die Samba Ole, ole, wir sind dabei Tanze Samba mit mir Samba, Samba die ganze Nacht Tanze Samba mit mir Weil die Samba uns glücklich macht Liebe, Liebe, Liebelei Morgen ist sie vielleicht vorbei Tanze Samba mit mir Samba, Samba die ganze Nacht Ganz Samba mit mir Übrigens ein Cover von Raffaela Carrar Und da gab es noch eine Version Von der schönen Helena aus Prag Der leidenschaftliche Tango Hatte es Dagi angetan Was halten Sie Vom Tango Vom guten alten Tango Ob Argentinisch oder Spanisch Der gefällt mir immer gut Sagen auch so manche Das ist ein alter Hut Und über allem schwebte klar Die Disco-Musik Wer sich dabei einen Knoten in die Beine machte Ging in die Tanzschule Ging in die Tanzschule Jetzt links, zwei, drei, nach rechts Dring, zwei, drei, tap Dring, zwei, jetzt kommt der Kick Kick rückflöpst Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Wolle, Wolle, Hacke, Hacke, Hacke Spitze die Drehung von Anfang Eins, zwei, drei, vier Wolle, Wolle, Hacke, Hacke Noch Fragen? Aus dem Film Saturday Night Fever Hier sind die Bee Gees Wolle, Wolle, Wolle Was suchen Sie denn? Jetzt ist mir so eine kleine Madenschraube runtergefallen Eine Madenschraube? Ja, das ist so eine ganz kleine winzige Schraube ohne Kopf Aha, na da helfe ich Ihnen doch suchen Aber bitte Vorsicht Ja, natürlich Ja, ganz vorsichtig Und nicht drauf treten Nein, nein Wenn Sie jetzt Wenn Sie hier erst im persischen Muster verschwinden Sind wir aufgeflogen Oh, ich fürchte, ich muss runter Wohin denn? Na, in die Knie Doch, Frau Seignans, bitte bemühen Sie sich doch nicht Doch, doch, ich sehe besser so Halt, stopp! Nicht bewegen Nein Frau Seignans, ich sehe Sie Ja Hier haben Sie, es hat sich gelohnt Was sind denn das für Spiele? Oh bitte, oh bitte Missverstehen Sie bitte nicht die Situation Bei den Putzke war eine Schraube locker Jeder Heimwerker kennt die gemeine Madenschraube So klein ist sie und hat die Angewohnheit Sich in Ritzen, hinter Schränken und in Teppichböden zu verstecken Man nennt sie auch Gewindestift oder Wurmschraube Selbst ein Superstar wie Peter Gabriel braucht bestimmt ab und zu auch eine Madenschraube Nach seiner Zeit bei Genesis startete er im gesuchten Jahr seine Solokarriere Und lieferte sofort einen waschechten Ohrwohn Salisbury Hill Wenn illusion's been a net I'm never where I wanna be And liberty she's never with When I think that I am free Watch my empty silhouette Who closed their eyes but still can see No one taught me any care I will show another me Today I don't need a replacement I tell them what the smile of my face meant My heart going boom 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 Hey, I said You can keep my things they're gonna tell me who Im gesuchten Jahr war ich gerade beim Gerd Michaeliskor tätig als Impressario könnte man sagen Also Mädchen für alles Und wir gastierten in Polen zu den DDR-Kulturtagen in Warschau Mit dabei waren Günter Fischer, Uschi Brüning, Armin Müller-Stahl und Manfred Krug Wir durften oft bei Manfred sitzen am Tisch und fühlten uns sehr geehrt Und er mochte uns offenbar Und ich wusste damals noch nicht von seiner Leidenschaft Also er war so ein leidenschaftlicher Wetter Und da ging's auch immer um irgendwas Um Geld oder um Bier in dem Falle Und er bot mir an Eine Wette um ein Bier Dass er einen Schlüsselbund in die Luft werfen kann Ohne dass es klappert Ich führe Ihnen das jetzt mal vor Also das ist der Schlüsselbund Ich werfe's mal hoch Also bei mir klappert's Das haben Sie glaube ich ganz gut gehört Bei ihm klapperte es aber nicht Und ich hab verloren Und jetzt wollte ich natürlich irgendwann Revanche Und hab mir irgendeine Wette ausgedacht Die weiß ich gar nicht mehr Und habe diese Wette gewonnen Und das war eigentlich das Bemerkenswerte Denn Manfred Krug war Also bei aller Würde Doch relativ sparsam Er musste mir in diesem teuren, in diesem hundsteuren Hotel Eine West-Ami Coca-Cola ausgeben Die hat glaube ich 9 D-Mark gekostet Also eine ganz schöne Summe Und ich habe als strahlender Gewinner Dieses Ding ja erstmal so wichtig genossen Meine erste West-Ami Coca-Cola für 9 D-Mark Und das noch von Manfred Krug Prost Später waren wir sogar befreundet Was eine große Auszeichnung für mich war Nach dem Gastspiel in Polen herrschte aber erstmal Funkstille Denn der DDR-Superstar Manfred Krug Hatte einen Ausreiseantrag gestellt Und ging im gesuchten Jahr in den Westen Er war nach seinem Protest gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann Mit einer Arbeitssperre belegt worden Er hatte ein totales Arbeitsverbot beim Fernsehen Muss man schon mal sagen Mir ist mein langjähriger Lizenzvertrag bei der Schallplatte gekündigt worden Bei der DEFA gab es ein freundliches Gespräch Aber über Arbeit wurde nicht gesprochen Also es gab kein neues Arbeitsangebot bis dahin Ich erinnere mich noch gut an einen tollen Satz von ihm Wie soll man als DDR-Bürger eine Weltanschauung haben Wenn man sich die Welt nicht anschauen kann Und hier die Schlagzeilen des Jahres Die Rote Armee Fraktion tötet Dresdner Bankchef Ponto Arbeitgeberpräsident Schleyer und Generalbundesanwalt Buback GSG 9 befreit die durch RAF-Mitglieder entführte Lufthansa-Maschine Landshut Jimmy Carter als 39. Präsident der USA vereidigt Journalist Günter Wallraff enthüllt als Hans Esser die Methoden der Bild-Zeitung Selbstkrönung von Kaiser Bukassa in Zentralafrika 25-stündiger Stromausfall in New York führt zu Chaos und Plünderungen Erfolgreicher Jungfernflug der US-Weltraumfähre Enterprise Flutkatastrophe in Indien fordert mehr als 50.000 Tote Brand auf Bohrinsel Bravo führt zu Ölpest in der Nordsee Filmlegende Charlie Chaplin und King of Rock'n'Roll Elvis Presley gestorben Rosi Ackermann aus Cottbus überspringt als erste Frau 2 Meter Weltsportlerin des Jahres Die Vierschanzentournee entscheidet Jochen Danneberg aus der DDR für sich Anette Pütsch aus Karl-Marx-Stadt holt Silber bei der Weltmeisterschaft und Gold bei der Europameisterschaft im Eiskunstlauf Orient Express fährt nach 94 Jahren zum letzten Mal von Paris nach Istanbul Filmlegende Charlie Chaplin Filmlegende Charlie Chaplin απο Købster Filmlegende Charlie Chaplin Filmlegende Charlie Chaplin Musik Die Folklore, einst mehr als private Geschmackssache verstanden, rückt zunehmend ins Blickfeld der Mode von Morgen. Wer liebäugelt nicht dann und wann mit dem bäuerlichen Einschlag, der rustikalen Charme verspricht und ländliche Buntheit. Ob Kaftan, Kittel oder Kasag, da ist vieles, was an den stillen Don erinnert, denn bunte Borten, Bindebänder und stilvolle Stückereien gelten als besondere Kennzeichen. Musik Folklore, eine gesunde Brise Landluft mit leichtem Ostwind im modischen Klima. Musik Der letzte Schrei. Folklore-Mode verfolgte einen überall. Es folgt ein Mode-Muffel. Zumindest legt das der Text des Sängers nahe. Er kommt uns gewissermaßen inkognito. Erkennen Sie ihn? Kleiner Tipp, achten Sie auf seine Stimme. Musik Wer war das? Ich löse gleich auf. Doch vorher gibt es einen Mode-Tipp von einer Dame. Mit Anspruch. Also ich habe eigentlich einen Schnitt, den ich immer wieder nehme, das ist sportlich geradeaus, möglichst runter, ein bisschen talliert, mal eine Biese, mal eine Naht anders und so. Aber vor allen Dingen eben möglichst gute Stoffe. Und nun fängt das Dilemma ja schon an. Also ich möchte am liebsten in den Laden gehen, Tür aufmachen und sagen, ja, das nehme ich. Ja. Und da hört es ja nun schon auf, weil es wirklich traurig ist, dass also eine 48er Größe, also eine M50 oder M53 nicht wahr, also nur Oma Kleider kriegt. Nun ist das schon wieder, das ist schon wieder defamierend, denn warum muss immer eine Oma so doofe Kleider tragen? Nicht, das sehe ich überhaupt nicht ein. Warum werden nur hübsche in der Konfektion nur hübsche Sachen gemacht für 38er oder 82er Figuren? Das finde ich also nicht korrekt. Da hat sie ihrem Ärger aber ordentlich Luft gemacht. Im Westen hatte man ganz andere Sorgen. Bei Männern dominierte immer die gleiche Farbe. Grau. Herr H., 46 Jahre alt, Angestellter bei einer Behörde, trägt fast immer eine Art Uniform, wenn er in sein Büro geht. Er zieht sich an wie seine Kollegen, mausgrau und langweilig. Dezent und korrekt, so nennt er es. Schließlich will er im Büro nicht auffallen. Wenn über Modenschauen berichtet wird, fühlt sich Herr H. nicht angesprochen. Das kann ich doch nicht tragen. Das ist mir zu extravagant. Seine Frau ist da anderer Ansicht und inzwischen auch viele deutsche Männer. Das wäre doch mal was für dich. Bei meiner Figur. Aber man kann es sich ja wenigstens mal vorstellen. Graue Hose, grauer Rollkragenpullover, das gibt einen einheitlichen optischen Eindruck. Die kamelhaarfarbene Jacke muntert das Grau auf und lenkt gleichzeitig von seiner nicht allzu schlanken Taille ab. Seine Frau kann ihn schließlich davon überzeugen, dass solche Kombinationen nicht nur zu jungen Dressmen passen, sondern auch zu Männern in reiferem Alter, also auch noch zu denen, die 20 Jahre älter sind als Herr H. Habt Mut, Männer! So schlimm ist es gar nicht, wie ein Papagei herumzulaufen. Das ist übrigens eine Leihgabe von meinem Freund Jürgen von der Lippe. Und wir kommen zur Frage, welcher Sänger saß beim Friseur? Ein Mann muss nicht immer schön sein, darauf kommt es da nicht an. Man könnte manches ihm verzeihen, nur das eine muss ja sein, einmal. Was ja versprünkt, das soll immer wahr sein, wer soll den Held in jeder Gefahr sein. Und andererseits, das soll ja auch zart sein, wenn er liebt und dann Küsse gibt. Ein Mann muss nicht immer schön sein, darauf kommt es da nicht an. Die Schönheit macht es nicht allein, nur das eine muss ja sein, ein Mann. Diese Angebote von den Plattenfirmen, man schaut überhaupt nicht mehr durch. Frau Lamberto, was sagen Sie zu dieser Platte? Diese Platte ist ein Knaller! Die Schönheit macht es nicht mehr durch. Die Schönheit macht es nicht mehr durch. Die Jungs um Sänger Chris Norman blockierten neun Wochen lang Platz 1 in den deutschen Charts. Natürlich wurde der Titel wie wild gecovert, zum Beispiel 1996 von Olaf Berger. Und hier noch ein Cover aus unserem gesuchten Jahr, Howard Carpendale. Ich weiß nicht, wo sie hingeht, woran es liegen kann. Sie hat wohl ihre Gründe und es geht mich auch nicht an. Doch seit ewiger Zeit leb ich Tür an Tür mit Alice. Fast jeden Tag traf ich sie im Flur. Ich grüßte jedes Mal, doch sie lächelte nur. Es ist schwer, ich lebe nicht mehr Tür an Tür mit Alice. Meine liebe Hertha, heute zu unserem Hochzeitstag ein kleines Präsent von dein Max. Ach mein Maxchen, das ist aber lieb von dir. Jetzt ist sie platin. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ein Rauchverzehrer. Wie sinnig. Ja, ein Rauchverzehrer. Ist doch prima, wo dich meine Zianen immer so stören tun. Du probier mal gleich mal aus. Dann viel Spaß mit dem neuen Spielzeug. Kinga, Kinga. Kinga, die strömen sich richtige Federn. Rauchverzehrer. Na klar, da konnte man sich das Lüften sparen. Praktisch, besonders im Winter. Wie es bei Familie Baumann weitergeht, sehen wir gleich. Aber vorher ein Besuch bei Leuten, die vom blauen Dunst genug hatten. Ich rauch nicht mehr, ich rauch nicht mehr. Ich rauch nicht mehr, ich rauch nicht mehr. Ich rauch nicht mehr. Bitte kein Versprechen, nicht mehr zu rauchen. Sondern nur zu sagen, ich entschließe mich, nicht mehr zu rauchen. Kann das Versprechen nicht eingehalten werden, kommt es zu peinlichen Situationen, zu Selbstvorwürfen, zu hohen Gelächter der anderen. Versprechen schafft Enttäuschung. Das wollen wir uns kurz merken. Warum raucht man überhaupt? Lutschtrieb, nervliche Belastung, körperliche Schmerzen. Das sind einige von vielen auslösenden Faktoren. Und Lebensangst. Aber wo bleiben wir mit der Angst, wenn Sie uns das Rauchen abgewöhnen? Auch von mir, Papa. Alles, alles Gute für dich. Papa, und das ist von uns für dich, Papa. Ach, das war doch, ich war ja nicht nötig. Moment mal. Moment mal, ist das etwa wieder so ein Feuerwerkskörper, wie bei meinem Rentenanfang? Nein. Echt was, was dir ganz dringend braucht. Ja, klar. Ganz dringend brauche ich. Ja, sei es ja. Ah. Ja, ja. Ja. Oh, das ist ja noch ein Rauchverzehrer. Ach, du wachst, ihr habt schon einen. Nur das ist ja wirklich erberlich. Ja, Papa, das muss ich auch sagen. Na, wieso denn von den Dinger kann man da nie genug kriegen? Rauche ich immer mehr. Du kannst erstaunt sein, kannst dich so freuen. Du kannst allein sein und du kannst verzeihen. Du kannst so vieles an mir verstehen. Auch meine kleinen Schwächen übersehen. Oh, wie will ich, das tut gut. Wir haben Glück und Glück macht mir ruhig. Oh, auf einmal sehe ich, wie alles, alles wird durch dich. Wir haben Glück und Glück macht Mut. Und ab und zu passiert es, dass man mit seiner Lady vor dem Standesbeamten landet. Man sagt ja und tauscht die Ringe aus. Und klar, die meisten tragen den Ehering jeden Tag. Nur irgendwas muss an diesem runden Stück Metall nicht in Ordnung sein. Mein Herr, sind Sie verheiratet? Tragen Sie einen Ehering? Ja, weiß ich ja. Nein. Nein. Sie sehen es aber noch. Ah ja, da hat er mal gesessen. Haben Sie ihn gerade abgenommen? Vor ein paar Tagen. Es juckte nämlich. Hat euch wirklich juckt. Nein, die Stunde hat gejuckt irgendwie. Es hat gejuckt. Auch eine Erklärung. Was würden Sie denn sagen? Wir tragen da einen Ehering. Sie tragen immer einen Ehering. Ich trage meine Ehering. Können wir mal vorzeigen? Tatsächlich, ja. Anerkennung. Was sagen Sie denn? Aus Arbeitsschutzgründen trage ich den nicht. Ich habe mich nämlich mal verletzt in der Eisenbahn. Ich bin mit der Eisenbahn gefahren, beim Einsteigen verletzt. Und seitdem trage ich den nicht mehr. Da war ich gerade zwei Jahre verheiratet. Das ist ein Grund. Wie ist das bei Ihnen? Sind Sie Ringträger? Ich bin kein Ringträger. Aha, aber verheiratet. Aber verheiratet, ja. Und auch Arbeitsschutz, oder? Nein, es ist so schön, ungezwungen, ohne Ring durch die Welt zu marschieren. Aha, und die Frau sitzt zu Hause? Die sitzt zu Hause. Die trinkt dafür zwei oder drei. Was sagen Sie zu der Auslegung, meine Damen? Ich würde sagen, sobald die Männer weg sind, sagen Sie, ohne Ring ist es bequem. Da denken die schönen Frauen, die fremden Frauen immer, da ist frei. Die Kinder, die Menschen, die fremden Frauen, die fremden Frauen, die fremden Frauen, die fremden Frauen. Meine Damen und Herren und herzlich willkommen bei Spielspaß. Wenn Sie Lust haben, ein bisschen mitzuspielen, dann bleiben Sie doch ganz einfach die nächsten 45 Minuten bei uns. Spielspaß-Premiere mit Hans-Georg Puneski. Ein Dauerbrenner, denn wo im Ostfernsehen waren die Promis so locker drauf wie hier? Beim Spaß am Spielen. Die Publikumslieblinge Helga Hahnemann und Manfred Ulich kamen zur Premiere. Beim Kessel Buntes, der größten Fernsehshow des Landes, stiegen die drei Dialektiker Manfred Ulich, Horst Köppert und Lutz Stückrath aus. Die Zensur hatte ihnen seit langem die Gags versaut. Zu viel für die drei Kabarettisten. Nach der 28. Folge im April war Schluss. Ab Juli präsentierte dann jede Show ein anderer Gastgeber. Horst Rinder, das Team vom Polizeiruf 110 und Herr Fuchs und Frau Elster heizten noch im gesuchten Jahr den Kessel an. Und der kochte nun nicht mehr im alten Friedrichstadt-Palast, sondern im neuen Palast der Republik. Haben Sie übrigens das Starrfoto von meiner Freundin Adel Gunde gesehen? Was? Dieses Sumpfhuhn? Das verbitte ich mir. Ein Perlhuhn, Herr Fuchs. Ein Perlhuhn. Diese schamlose Person. Fui Teufel. Wieso? Das war doch ein hoch anständiges Starrfoto von ihr in der Wahlzeitung. Ja, aber drei Wochen später hat sie sich völlig nackend gezeigt. Im Kochbuch. Schauen wir mal, was sonst noch im Fernsehen los war. Herzlich willkommen. Neue ARD-Shows. Thomas Gottschalk präsentiert Telespiele. Blecki Fuchsberger gibt den Startschuss zu auf Los geht's los. Und Hans-Joachim Kohlenkamp fragt, wie hätten Sie's denn gern? Reife Zeugnis. Im 73. Tatort verkörpert Nastassia Kinski die Schülerin Sina Wolf. Die Folge für sie? Eine internationale Filmkarriere. Herzlich willkommen. Hier ist Berlin. Dieter Thomas Heck moderiert die 100. Ausgabe des erfolgreichen Schlagerwettbewerbs Gipparade im ZDF. Danke, meine Damen und Herren. Wissenschaftsshow. Prof. Dr. Dieter Herrmann verhilft den Zuschauern das erste Mal zu Aha-Erlebnissen per Bildschirm. Fernsehkrimi. Im zweiten startet der Alte. Siegfried Lohwitz leitet in den ersten 100 Folgen die Ermittlungen der Münchner Mordkommission 2. Kinderprogramm. Die Augsburger Puppenkiste legt im ersten die Abenteuer von Jim Knopf und Lukas, dem Lokomotivführer, neu auf. Lummerland nun in Farbe. Und Michael Schanze macht zum ersten Mal Plopp, Plopp, das heißt Stopp, in 1, 2 oder 3 der Quizshow für Kinder. Alt wie ein Baum, möchte ich werden, genau wie der Dichter ist, beschreibt. Alt wie ein Baum, mit einer Frone, die weit, 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 die weit der selbe Zeit. Alt wie ein Baum, der alle Jahre so weit, 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 die blühen, beschreibt. Der alte Baum beschert der Maschine, Quaster und Co. den dritten Platz der DDR-Jahreshitparade. Und wir kommen zur Auflösung unserer Preisfrage aus der Januar-Sendung. Wir suchten das Jahr 1991. Mit etwas Glück sind Sie der Gewinner dieser tollen Reise. Fröhlich und rasant in einen traumhaften Kurzurlaub. In Kärnten, an der Südseite der Alpen, ist das Motto, lustvoll leben und gelassen genießen. Für Sie und Ihren Partner sind drei Übernachtungen reserviert. In einem Vier-Sterne-Hotel inklusive Halbpension und zwei Tage Skipass. Kärntenwerbung erwartet Sie bis zum Ende der Wintersaison 2019. Na dann, Skiheil. Unter Ausschluss des Rechtsweges haben wir den Gewinner ermittelt und blenden Sie oder ihn im nächsten Titel ein. Und der kommt von zwei Damen aus Spanien. Moment mal, da kommt mir was Spanisch vor. Musik Kasselstrippe Gisela wollte mal eine spanische Senorita sein. Aber hier die Originale. Maite Mateus und Maria Menjola. Besser bekannt als Baccarat. Wie die feurigen Damen zu diesem Welthit kamen, hat uns Produzent und Autor Frank Dostal in Hamburg erzählt. Ich heiße Frank Dostal. Ich bin Textdichter, ich sitze allein im Bett, ist diese Sendung nach 22 Uhr, unbekleidet und habe mehrere Zettel um mich herum, einen Bleistift und Radiergumme. Also nackt, schrieb Frank Dostal den Welthit Yes Sir, I Can Boogie, der auch eine Hommage an selbstbewusste Frauen ist. Yes Sir, an den Mann gewandt, I can boogie. Das heißt, ich sage, wo es lang geht. Das zelebrieren die richtig auf den Tanzflächen. Baccarat, ein internationales Erfolgsprojekt. Deutscher Komponist, englischer Entdecker, spanische Sängerinnen. Freitag Vormittag, das Telefon klingelt, es ruft an, ein Engländer namens Leondin ist auf Fuerteventura und ruft von dort aus an. Er mache dort Urlaub und habe gestern Abend in dem Club, der zum Hotel gehört, eine Offenbarung gehabt. Er hat uns gesehen, mehr tanzen als singen und hat sich in uns verliebt. Und für ihn sind das geborene Superstars. Und wir müssten sofort ein Lied für die schreiben und sie produzieren. Und der Wahnsinn ist der gewesen. Zwei Tage später, derselbe Mann, der Engländer, Leon, anrief und sagt, wir haben einen Hit. Ich sage, ja, ja, was in Hamburg so viel heißt wie ja, ja. Und wir haben schon sieben Fernsehauftritte. Der hatte Fernsehredakteuren das Ding teilweise am Telefon vorgespielt und die haben gesagt, ja, will ich haben. Und kurz darauf Platz 1 in Deutschland. Der Titel wird sofort in anderen europäischen Ländern veröffentlicht und zieht immer an die Spitze. Nur Spanien ziert sich. Auch die Plattenfirma war überrascht. Zwei spanische Damen und Spanien meldet sich nicht. Merkwürdig. Wir konnten uns das auch nicht erklären. Es dauerte fünf Monate und dann kam der Titel auch in Spanien auf den Markt. Und was ist dann in Spanien passiert? Wir wurden Nummer 1. Wir wurden Nummer 1. I can boogie, 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 all night long. I can boogie, all night long. James Bond, Agent 007, ganz cool und auf Skiern. Sir Roger Moore rettete zum dritten Mal die Welt als Geheimagent im Auftrag ihrer Majestät. Die Skisprungsszene auf dem Mont Asgard in Kanada gilt bis heute als der teuerste Stunt der Filmgeschichte. 500.000 US-Dollar soll die damals gekostet haben. Und natürlich gab es auch ein schnittiges Bond-Auto, einen Lotus Esprit. Und das konnte nicht nur fahren. Klar. Kannst du schwimmen? Oh! Wir werden der Dame jetzt mal einen kleinen Gruß geben. Endlich allein! Endlich allein! Schießen Sie bitte nicht auf den Berichterstatter. Er kann nichts dafür, dass hier geschossen wird. Nicht nur im elektronischen Spielbereich. Die Gefechte auch für den Ernstfall der totalen elektronischen Information sind schon im Gange. Kennzeichnend im verbalen Vorfeld der Kontroverse Videotext, Viewdata und Bildschirmzeitung. Drei unterschiedliche Wortschöpfungen konkurrierender Interessengruppen für ein und dieselbe Sache. Für etwa 1700 Mark der kleinste tragbare Farbfernsehempfänger in Japaner mit aufladbarem Akku, Netzbetrieb und Anschluss an Auto- und Bootsbatterie. Ordnungsliebende Kassettenfreunde werden dies zu schätzen lernen. Schiebeschienen nebeneinander und übereinander für die Kassettenbehälter. Spielend leicht zu öffnen und die Kassette links oder rechts herum zurückschiebbar. Und kein Klappern mehr. Und gehen sie auch hier nicht achtlos vorbei. Irgendwo, wie auch immer, wird Technik nostalgisch und sucht den Weg zurück zur Natur. Technik-Spielereien von der Funk-Ausstellung in West-Berlin. Und der Videotext hat von damals sogar bis heute überlebt. Wir schauen nun über den Tellerrand musikalisch. Denn viele Künstler aus unseren Nachbarländern stürmten auch bei uns die Charts. Ich liebe dich und schäufe und schäufe. Schau dich so verdrossen in den Tag, als könntest du das nicht verstehen. Ich will doch nur wissen, was ich war. Lass uns noch Zeit, wir werden sehen. Du suchst, als wärst du wirklich schon mein Mann. Was du als wärst du wirklich schon mein Mann. Was ich dir nicht verbieten kann, aber das ändert nichts daran. Du bist noch nicht, du bist noch nicht mein Mann. Auf Fingern gleiten wir ins Morgengrau. Auf Wälen reiten wir durch Küche und Tag. Getaucht im Meeresbrünn und Sonnenglanz. Der Wind spielt da zu seinen wilden Tanz. Tanz. Todas Promesas de mi amor se irán con ti. Ich warte auf Wälen reiten wir. Untertitelung des ZDF, 2020 Erinnern Sie sich noch an unsere Zusatzfrage? Wo war damals die einsamste Gegend der DDR? War es die Ruppiner Schweiz, der Thüringer Teil der Rhön, die Fährinsel zwischen Hiddensee und Rügen oder das Bodetal im Harz? Und gewonnen hat damals die Fährinsel. Denn dort lebte nur eine Familie und hatte so die ganze Insel für sich. Und ermittelt hat das natürlich Außenseiter Spitzenreiter. Ich grüße Sie herzlich. Ihr Mann hat sich extra ein anderes Hemd angezogen, das war ja nun nicht nötig. Das ist eine andere, sie hat ja gar keine Kinder. Ach so, hat er nur einen Kittel ausgezogen. Richtig. Und das sind Ihre Kinder? Ja. Wie heißt du? Susanne Fraunfeld. Susanne. Guten Tag, Martin. Und Martin, aha. Ja, und das ist also die Familie, die hier auf dieser einsamen Insel lebt. Wie lange leben Sie schon hier, Frau Fraunfeld? Drei Jahre. Drei Jahre. Und wie fühlt man sich, wenn man hier so lebt? Schön. Waren Sie eigentlich gleich damit einverstanden, als Ihr Mann die Absicht hatte? Oder wie hat sich das ergeben? Ihr Mann hatte die Absicht hierher? Er war schockiert und da haben wir uns das angesehen und da gefiel uns das so gut hier. So diese große Wiese sahen, da waren wir hingerissen sofort. Und nun laden uns zwei Herren ein zu einer Zugfahrt nach Budapest über Hohen Wulsch. Ja, das gibt es wirklich. Hohen Wulsch liegt in Sachsen-Anhalt im Kreis Stendal. Und wenn man im gesuchten Jahr mit der Eisenbahn dort unterwegs war, konnte es sein, dass man mit Rolf Herrrecht und Hans-Joachim Preil im selben Abteil saß. An Gleis 1, bitte einsteigen, Türen schließen, Vorsicht bei der Abfahrt. Oh, schnell einsteigen. Guten Tag. Guten Tag. Sie werden verzeihen, mein Herr. Ja. Fahren Sie auch nach Ungarn? Nein, nein, Sie werden staunen. Wissen Sie, wo ich hinfahre? Ich fahre nach Hohen Wulsch. Nicht Hohen Wulsch. Wir fahren jetzt nach Ungarn. Ja, da bin ich ja im falschen Zug. Wiedersinn. Ganz auf hier. Wo wollen Sie denn hin? Habe ich aber einen Schreck. Bekommen Sie. Also nochmal jetzt in aller Ruhe, ja? Ja. Guten Tag, mein Herr. Sie werden verzeihen. Fahren Sie auch nach Budapest? Nein, wie ich eben höre, fahre ich ja nach Ungarn, nicht? Das ist ja gerade. Budapest liegt doch in Ungarn. So ein Zufall. Sagen Sie mal, was zieht Sie eigentlich nach Ungarn? Vielleicht nehmen wir an die Lokomotive, nicht? Haben Sie vielleicht zufällig ein Kursbuch? Kursbuch habe ich gar keins. Natürlich habe Sie eins. Ich habe nie eins gehabt. Sie haben ein Kursbuch. Herr Reins hat geklopft. Achso. Ich habe eben eins bekommen. Hören Sie bitte mal so freundlich sein und nachsehen. Ich möchte gerne nach Budapest. Nachsehen? Ja, nachsehen nach Budapest dürfte so schwer nicht sein. Sie fahren zunächst nach Hohenwulch. Nicht Hohenwulch, Budapest. Warum nicht über Hohenwulch? Wo liegt es in Budapest? Müssen Sie doch wissen. Sie wollen doch hin, oder? Sagen Sie mal, sehen Sie jetzt nach oder nicht? Das ist ja gut. Also Hohenwulch, Berkau, Neuendorf, Kalbe. Ende der Reise von Budapest steht hier kein Wort drin. Mensch, warum können Sie es noch nicht so machen, wie ich es Ihnen vorgemacht habe? Ich komme doch auch mit jedem ins Gespräch. Mit jedem? Mit jedem. Da kann hier sitzen, wer will. Ich bekomme immer Kontakt. Immer? Immer. 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 Und da kann hier sitzen, wer will. Ja, da kann hier sitzen, wer will. Das ist ja unglaublich. Das heißt unglaublich. Tausendmal habe ich es vorgemacht. Jetzt mache ich es das letzte Mal vor. Hier bitte ist das Kursbuch. Jetzt komme ich nur noch mal rein. Passen Sie doch endlich mal auf. So schwer ist das doch nicht. Geht los jetzt. Pass auf. Mache die Tür auf. Schon bin ich drin. Guten Tag, meine Herren. Sie werden verzeihen. Ist dieser Platz noch frei? Das ist ja wirklich. Was ist jetzt los? So, was machen Sie denn? Sie müssen doch reagieren. Hallo, mein Herr. Schönes Wetter heute, nicht? Richtiges Reisewetter. Ja, da lernt man Menschen kennen. In der Eisenbahn, im Abteil, im Speisewagen. Überall nette und aufgeschlossene Menschen. Überall nette und aufgeschlossene Menschen. Herrgott, wollen Sie nicht auch mal was sagen? Ich, Ausländer, nix verstehen. Hier ist Gott schon auf Wiedersehen. I've taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruels. I consider it a challenge before the whole human race. And I ain't gonna lose. We are the champions, my friends. And we'll keep on fighting till the end. Eine unsterbliche Hymne von Queen und Freddie Mercury. Aber wer der Champion dieser damals war's Ausgabe wird, steht noch in den Sternen. Dazu müssen Sie die richtige Lösung per E-Mail oder Postkarte zu uns schicken. An damals-wars.mdr.de oder an das MDR Fernsehen damals war's in 04360 Leipzig. Mit Fortunas Hilfe können Sie diesen schönen Preis gewinnen. Ein Ultra-HD-Receiver für den besten Empfang von Fernsehen, Digital und Internetradio. Eine hochwertige Soundbar für einen herausragenden Klang mit räumlicher Tiefe. Vom Soundexperten Elag. Entwickelt und produziert in Deutschland. Perfekt ausgestattet. Mit optionalem Zubehör für höchste Ästhetik in Ihrem Zuhause. Bild und Ton werden eins. Sonata 1. Besser made in Germany. Technisat. Videos und Infos rund um damals war's, finden Sie auch im Internet auf meineheimat.de. Unsere nächste Sendung läuft am 3. März um 20.15 Uhr. Dann gibt's wieder Hits, Gags, Trends und Kurioses aus einem bestimmten Jahr. Ich freue mich auf Sie. Ihr Wolfgang Klippert. Bis zum nächsten Mal. Dann gibt's wieder Hits, Gags, Trends und Kurioses aus dem Jahr. Dann gibt's wieder Hits, Gags, Trends und Kurioses aus dem Jahr. Vielen Dank.